So, servus gut und herzlich willkommen zum einzigen IAFC 25 Tutorial mit dem KKK. Mein Name ist Bruno und wie ihr es bereits von mir gewohnt seid, möchte ich euch heute auch wieder etwas vorstellen, was mir persönlich ganz am Herzen liegt und zwar Standardsituationen. Und nicht nur irgendwelche Standardsituationen, sondern ganz spezifisch die Freistöße. Etwas, was sich im Vergleich zum letzten Jahr ehrlicherweise wenig bis gar nicht geändert hat. Die Leute, die das also schon im letzten Jahr regelmäßig trainiert haben, werden auch in diesem IAFC relativ viele Erfolge damit einfahren können. Denn es geht immer um direkte Freistöße. Also die Freistöße, die man dann letztendlich für sich selber als direkte Torchance begreift und die sich eben genau deswegen auch zu, sag ich mal, intensiverem Training lohnen, weil der Gegner in diesen Situationen recht wenig Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen kann. Ihr seid also selber mit dem Training, das ihr in diese Situation rein investiert, verantwortlich für den letztendlichen Erfolg der Situation. Jedenfalls mehr als in nahezu jeder anderen Situation, die in diesem Spiel auftreten können. Und das Ganze könnt ihr eben auch in unterschiedlichen Bereichen trainieren. Ich gehe hier einfach mal in den Moments-Bereich rein, den man in Ultimate Team drin hat. Ihr könnt das auch natürlich in den ganzen Skillspielen machen. Da gibt es auch hinreichend Freistoß-Skillspiele, die man da üben kann in der Skill-Arena. Könnt ihr euch die Sachen sogar in der Trainings-Arena selber zusammenstellen, wenn ihr noch eine andere Position und so weiter haben wollt. Vollkommen in Ordnung. Wichtig erstmal für die Spieler, wenn ihr die jeweils auswählt und auf Spielerwerte achtet. Ganz entscheidend, Freistoßpräzision, Schusskraft ist wichtig, der Effet-Wert ist wichtig und damit kommt ihr eigentlich schon relativ gut zu Rande. Der letzte Wert, der glaube ich sonst angezeigt wird, ist Elfmeter, aber der ist jetzt hier für Freistöße gar nicht relevant. Gucken wir mal gerade ganz kurz genau. So, und dann seht ihr eben auch darüber, mit welchem starken Fuß das gegebenenfalls vor allem Spieler gemacht wird. Und wenn da sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Werte dabei sind, ja, also gerade so 80er oder 90er Werte, dann ist das natürlich super. Super. Ansonsten seht ihr einfach wieder so diesen blauen, ja, eigentlich diese blaue Kurve, der der Ball eigentlich letztendlich folgt. Und ihr könnt da drunter mit dem rechten Stick, mache ich das mal eben so ein bisschen an dem Ball, an diesem kleinen Cursor könnt ihr verdrehen, wo ihr den Ball treffen wollt, damit ihr einen bestimmten Effekt kriegt. So, jetzt schießt ihr einfach automatisch, ist eigentlich auch egal. Wir machen das Ganze eben einfach neu. Ja, also das sind die wesentlichen Grundlagen. Und dann könnt ihr eben mit dem linken Stick ansonsten noch so ein kleines bisschen für euch selber zielen. Ja, das seht ihr auch alles rechts eingeblendet am Controller. Anschließend geht es eben wirklich nur noch darum, ordentlich auf die Schießentaste zu drücken, je nachdem eben, wie weit ihr entfernt seid, wo ihr den ganzen Ball eigentlich letztendlich hintransportieren wollt. Und ihr habt dann außerdem noch die Chance, ein zusätzliches Schusstiming zu machen. Ja, wenn ich hier einen richtig kraftvollen Schuss mache, dann nochmal auf Schießen drücke, dann kriege ich auch noch ein zusätzliches Timing. Wenn ich das sehr gut mache, kommt dann grünes Timing raus. Ansonsten kann ich da zum Beispiel auch ein gelbes oder vielleicht sogar ein rotes Timing erzielen. Und dann wird dieser Schuss nicht so sonderlich zusätzlich noch da eigentlich geboostet, in der Art und Weise, wie der letztendlich aufs Tor kommt. Weil das kann auch ein richtiger Strahl sein, je nachdem eben, wie ihr das mit dem rechten Stick vorher auch eingestellt habt. Ob das zum Beispiel eher ein Vollspannschuss sein soll, ob das vielleicht auch ein Außenrissschuss sein soll. Und das könnt ihr eben alles auch wunderbar mit dieser blauen Kurve sehen. Je nachdem, wenn euer Spieler auch noch die entsprechenden Spielstile hat, sowas wie eben den ruhenden Ball oder sogar den ruhenden Ball Plus, dann verlängert sich diese Kurve, diese Vorschaukurve des Balls, die Bahn, auf der er letztendlich ungefähr Richtung Tor fliegen wird. Und dann könnt ihr das auch für euch selber so ein kleines bisschen mehr manipulieren. Und wenn ihr das sowieso mit den Spielern, mit denen ihr häufig diese Situationen schießt, auch in den ganzen Skillspielen und Trainingsaren macht, seid ihr ja auch mit diesen Unterschieden von Effet, Freistoßpräzision und Schusskraft einigermaßen vertraut und wisst, wie ihr die Situationen schießen könnt und müsst, um daraus möglichst viele Tore zu machen. Dementsprechend trainiert das, es lohnt sich einfach wirklich. Und dann werdet ihr auch über das ganze Jahr hinweg einfache Tore regelmäßig erzielen können und nichts ist besser als das. Viel Erfolg und danke, ciao.